Musik Über kaum ein anderes Tier wurde in den letzten Monaten in Südtirol so viel diskutiert wie über den Wolf. Die, die in der Stadt wohnen, ist es logisch gleich, wenn sie Haustiere fressen. Aber eins zu eins ist es schade für die Wölfe als Futter. Wenn es weitergeht bis Völkosorganisch, dann ist die Zukunft Leitball mit Schaf fertig. Musik Ich weiss gar nicht, wie ich mich eigentlich mit unseren Tieren vor dieser Zukunft schützen sollte. Musik Wir haben lange ewig schon die Gase gezüchtet. Die sind unersetzbar. Die sind nicht mit der Versicherung abzuzahlen. Musik Das geht dann so weit, dass man sich hasst, dass man sich den Tod wünscht. Menschen, nicht Menschen, den Wölfen. Und das finde ich jetzt wirklich kritisch. Musik Der erste Schritt muss sein, dass wir in die Population bei den Wölfen eingreifen können. Musik Musik Und das questa ist wirklichizzabe. Und das ist dasε sensibilität.